Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich glaube, heute spricht das Ding hier selbst für sich, was wir machen. Wir reden heute mal ein bisschen über Steckballs. Bei manchen Leuten gibt es immer noch ein kleines bisschen Verwirrung. Welche Steckballs nehme ich für was? Ab welcher Größe ist eine Steckball groß? Ab welcher Größe ist eine Steckball klein? Wann packe ich sie auf große Pfeifen? Wann auf kleine Pfeifen? Gibt es verschiedene Größen? Ist das Ding genormt? Gibt es da verschiedene Anschlüsse und so weiter? Alle Themen, alle Fragen rund um Steckballs heute in diesem Video. So, erstmal vorneweg würde ich sagen, klären wir so die grundlegenden Kategorien an Steckballs. Für mich gibt es da vor allem zwei Kategorien und das sind die Größen. Einmal gibt es die größeren Steckballs oder große Steckballs und dann gibt es kleinere, sowas wie die hier vorne. Ihr seht aber auch schon, dass sogar die kleinen leicht unterschiedlich sein können. Hier habe ich zum Beispiel noch eine sehr, sehr kleine. Hier ist eine relativ große für eine Steckball. Die hat aber auch einen Standfuß drunter. Und die hier sind auch nicht alle exakt gleich hoch. Also man sieht das schon, da gibt es auch leichte Unterschiede. Ich würde sagen, Steckballs in kleinen sind für Pfeifen bis 40 cm geeignet. Da gibt es ein Problem. Bei manchen Sachen kann man keine genaue Faustregel nennen, weil es kommt auch darauf an, wie die Proportionen einer Pfeife sind. Hat eine große Pfeife ein sehr, sehr kurzes Tauchrohr, könnte man sie wahrscheinlich trotzdem auf einer kleinen Bowl rauchen. Das ist dann wieder Geschmackssach, ob man das mag, aber man könnte. Hat aber eine relativ kleine Pfeife, ein sehr, sehr langes Tauchrohr, dann geht sie vielleicht trotzdem nicht auf eine kleine Bowl. Meine Faustregel für mich ist aber, die meisten Pfeifen unter 40 cm passen eher zu kleinen Bowls und die meisten Pfeifen über 40 cm passen auch auf große Bowls. Ich würde aber sagen, es gibt da so plus minus 3 cm Spiel ungefähr. Also vielleicht passt die eine oder andere Pfeife, die 43 cm ist, auch noch auf eine kleine Pfeife, vielleicht aber auch umgekehrt. Dann gibt es noch für mich wieder zwei Kategorien unter diesen Kategorien. Und zwar seht ihr ja schon, dass einige von diesen Bowls hier unglaublich besonders aussehen. Da haben wir so Sachen wie die PK500 von Cäsar, die hier noch total viele Cuts drin hat, die noch mit Farbe überzogen wurde, die auch von unten wunderschön aussieht. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Sachen oder so stinknormale Bowls, die bei mir auch tatsächlich schon ein bisschen verstaubt jetzt. Aber die sieht ja relativ normal aus im Vergleich. Für mich gibt es die Standard Bowls, die dann eben so sind. Das könnten, also das hier werde ich zum Beispiel als Standard Bowl sagen. Das ist von der Form her schon ein bisschen ausgefallener. Aber ansonsten habe ich jetzt hier recht viel Cäsar rumstehen, weil Cäsar hat eine überragende Glasqualität. Also die Cäsar Bowls finde ich wirklich überragend. Sie kosten allerdings auch scheiße viel Geld. Ich kann sehr gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, Digga, ich gebe nicht. Also um euch mal eine grobe Idee zu geben, so eine PK500 in Schwarz kostet so ungefähr 200 Euro. Die hier kosten so ungefähr, die Clear sind ein bisschen günstiger. Die sollte so 130 kosten ungefähr. In Schwarz kostet sie dann wieder ein bisschen mehr, so 150. Aber auch diese kleinen Bowls hier können schon 150 Euro kosten. Und für viele Leute ist das dann halt so, ja Digga, ich kaufe mir doch jetzt nicht eine Pfeife für 150 Euro. Und dann ein Stück Glas für 150 Euro. Also kann ich gut nachvollziehen. Das Ding ist, wenn ihr die gut behandelt, dann halten die relativ ewig, wenn euch nichts Dummes passiert. Ist Glas, sowohl die Cäsar als auch die normalen werden kaputt gehen, wenn die einem runterfallen. Das ist so bei Glas, da kann man nichts machen. Das sind halt handgemachte Bleikristallgläser, die halt unglaublich hochwertig sind. Teilweise eben noch farbige. Es gibt, glaube ich, Schwarz, Ember, Blue und Clear. Ich glaube, das sind die einzigen Farben. Ich glaube, Grün haben sie auch noch, aber kennt man eigentlich gar nicht so. Es ist einfach ultra hochwertig. Natürlich ist die Diskussion darum, ob das 200 Euro wert ist. Es ist definitiv kein Brauchen. Sagen wir es so. Du brauchst keine Cäsar Bowl, du willst eine Cäsar Bowl. Und wenn du eine willst, dann musst du dir überlegen, willst du so viel Geld dafür ausgeben. Und wenn das auch stimmt, dann hol dir eine Cäsar Bowl. Ansonsten gibt es auch relativ schöne Nicht-Cäsar Bowls. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine da. Aber es gibt auch recht einfache Bowls, die da eben ganz nett aussehen, auch schon mit ein paar Cuts drin und so. Die kosten dann, also zum Vergleich, für so eine Bowl hier solltet ihr ungefähr 30 Euro zahlen. Für so eine vielleicht 35 Euro wegen dem Standfuß noch. Aber in der Regel sollte sowas irgendwas zwischen 20 und 30 Euro kosten. Vielleicht mal 35 Euro, aber auf jeden Fall nicht mehr. Eine der häufigsten Fragen ist noch, gibt es günstigere Alternativen zu Cäsar? Für mich nicht. Ich finde, Cäsar ist relativ einzigartig. Sie haben mittlerweile sehr, sehr verschiedene Formen und Farben. Also ihr seht ja, wir haben jetzt allein hier diese Tropfenformen. Das ist die Aeon-Form. Dann haben wir hier diese Cone-Form, die komplette Tradi-Form. Hier haben wir zum Beispiel eine Tradi-Cone-Hallfrost-Down. Dann haben wir hier eine PK-500 in der Tradi-Cone-Variante. Hier haben wir eine Drop Spikes Clear. Hier haben wir eine Drop Spikes Black. Das ist die große Prestige von Aeon. Das hier ist die kleine Prestige von Aeon. Übrigens, ja, diese Bowls sind von Aeon, aber gefertigt von Cäsar. Und ja, die Million Cut ist eine Bowl von Ocean, aber gefertigt von Cäsar. Aeon hat sich ein Design ausgedacht. Die wollten genau dieses Design und haben dann gesagt, ey Jungs, ihr macht die geilsten Bowls, könnt ihr uns die Bowls machen? Und dann haben die gesagt, ja, klar, dann können wir zusammenarbeiten. Und genauso ist das auch mit Ocean. Genauso ist das auch mit zum Beispiel der hier. Das ist die Ice Cut von Mose. Ist auch Cäsar. Ja, also das sind alles Cäsar Bowls oder halt Bowls von Mose, Aeon, Ocean, die aber alle von Cäsar kommen, weil Cäsar einfach die geilsten Bowls macht. Ist übrigens keine Werbung für Cäsar. Ich habe noch nie eine Bowl von Cäsar umsonst bekommen oder so. Ich habe mit denen gar nichts am Hut, aber ich mag die Produkte einfach sehr, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich will euch aber nochmal in zwei Shops zeigen, nochmal so ein paar andere Bowls, die da gerade sind oder auch nicht. Ich hoffe, die sind verfügbar, um euch so eine gewisse Idee zu geben. Was ist jetzt eine große Bowl, was ist jetzt eine kleine Bowl? Ihr seht ja die zwei, die paar hier. Zum Beispiel bei Mose im Shop ist das sehr, sehr schön aufgeteilt. Und dann gehen wir auch nochmal zu Aeon in den Shop und da zeige ich euch das auch nochmal. So, wenn man bei Mose in den Shop geht, kann man in der Kategorie Steckbowl, nämlich nach Standard und Mini unterscheiden. Das hier, Standard, wären die, wo ich gesagt habe, groß, sprich Pfeifen ab 40 Zentimeter. Und dann hat man hier auch nur genau diese Bowls mit drin. Wenn man oben auf Mini geht, dann kriegt man die Pfeifen, beziehungsweise die Steckbowls für Pfeifen unter 40 Zentimeter. Also alles, was auf eine Breeze, eine Penta und Co. passt. Man kann hier auch noch auf Cesar Crystal gehen. Und dann hat man hier eben auch nochmal die Kategorien Small und Big. Warum die unterschiedlich heißen, kann ich euch nicht sagen. Aber wieder selbes Prinzip. Small ist für die Breeze 2, für die Penta, die Versa, für alle kleinen... Oh, wusste ich gar nicht, dass es die kleinen gibt. Also alles wirklich nicht geplant. Aber die habe ich ja in groß. Die habt ihr ja schon auf dem Tisch stehen sehen eben. Wusste ich nicht, dass es die in kleinen gibt. Sehr, sehr wild. Und ja, so kann man das eben hier unterscheiden. Und wenn man dann bei Cesar auf Big geht, hat man hier... Das war die, die eben bei mir auf dem Tisch stand. Dann hat man hier eben nochmal die Bowls. So würde ich mir das in jedem Shop wünschen, sodass man da eben direkt unterscheiden kann, für welche Art Pfeifen die Bowls sind. Und denkt dran, wenn ihr euch was bei Mose zieht, könnt ihr sehr, sehr gerne noch im Warenkorb hier meinen Gutscheincode SWG eingeben. Dann kriegt ihr noch ein kleines Geschenk auf eure Bestellung obendrauf. Aktuell sind es die Getränkeuntersetzer. Und für mich geht noch ein kleines bisschen Support raus. So, auch im Aeon Shop haben wir noch einige Bowls. Die meisten sind da gerade leider ausverkauft. Aber da gibt es zum Beispiel hier, wie die Form von der Aeon Standard Bowl aussieht, nochmal als Steck Bowl. Das sind gerade alle, die sie haben. Aber auch hier sieht man dann nochmal, das hier, diese vier, sind große Steck Bowls. Und die zwei hier sind kleine Steck Bowls. Leider gibt es bei Aeon da keine Unterscheidung in den Kategorien. Würde ich mir wünschen, dass das noch passiert. Aber oft steht dann hier dabei, passende Steck Bowl für deine Vyro Penta. Und dann wissen wir ja auch direkt, okay, die Penta ist eine etwas kleinere Pfeife. Also würde die bestimmt auf die Penta passen. Und wenn wir hier uns zum Beispiel diese Bowl angucken. Hier steht zum Beispiel dabei, dass die für die Vyro und Mose Noir passt. Oder auch die Edition 4, wenn man den Steck Bowl Adapter hat. Und da wissen wir ja auch, dass das große Pfeifen sind. Also kann man sich dann schon denken, dass das große Pfeifen sind. Oft steht auch einfach eine Größe dabei. Und dann könnt ihr euch auch schon ausdenken, auf was das jetzt passen würde. Aber die zwei Shops hier eben einmal zur Übersicht. Ja, jetzt habt ihr den Shop gesehen. Da bei Mose kann man das eben super gut anhand der Kategorien machen. Finde ich saugut. Sollte meiner Meinung nach jeder Shop direkt so haben. Schade, dass es nicht so ist. Aber ja, liebe Shop-Besitzer, ändert doch gerne mal die Kategorien in große und kleine Bowls. Das würde viel leichter machen. Ich habe auch mit meinem super geilen Messschieber hier noch ausgemessen, wie viel Platz hier ist. Und ich dachte sogar erst, dass das super, super unterschiedlich sein wird. Aber tatsächlich sind fast alle Bowls zwischen 44,3 mm und 44,8 mm breit. Was mache ich jetzt, wenn meine Bowl nicht passt? Kommen wir mal so ein bisschen zum Troubleshooten. Also wenn ihr jetzt eine Steckpfeife habt, zum Beispiel genau die, die hier neben mir steht, die Union Hooker Fibonacci habe ich mir gekauft. Und ich wollte die unbedingt auf genau dieser Bowl von Cäsar haben. Das habe ich so bei Yannick gesehen. Kasse, Grüße gehen raus. Habe ich genauso bei ihm gesehen. War verliebt. Musste ich haben. Wollte ich haben. Wollte ich in der Sammlung haben. Habe mir beides gekauft. Und will die Fibonacci da draufstecken. Und es ging einfach nicht. Ich habe gedrückt wie ein Bekloppter. Und ich habe die einfach nicht draufbekommen. Dann habt ihr mehrere Möglichkeiten. Erstmal würde ich euch empfehlen, wenn ihr eine Pfeife auf die Bowl steckt, steckt die nicht einfach nur drauf und drückt von oben. Sondern macht erstmal innen die Bowl noch ein bisschen feucht. Also ein bisschen Wasser hier an den Bowl heizt. Bisschen Wasser an die Dichtung. Ihr könnt auch verschiedene Dichtungen probieren. Es gibt da zum Beispiel solche hier, die oben noch so einen Ring haben. Es gibt aber auch genauso gut die ohne den Ring oben. Da könnt ihr einfach ein paar verschiedene ausprobieren. Und dann wird vielleicht sogar schon eine passen. Wenn nicht, müsst ihr es vielleicht so machen wie ich bei meiner Fibonacci. So, hier seht ihr es. Dann schnappt ihr euch einfach eine Schere und schneidet die Dichtung einfach in der Mitte durch. Und dann passt das schon viel, viel besser. Also so habe ich mir da geholfen. Und obwohl das jetzt trocken ist, kriege ich da recht gut meine Fibonacci drauf. Es ist dann ein kleines bisschen wackeliger. Ja, aber das sollte im Großen und Ganzen nichts machen. Speaking of, es könnte wackeliger sein. Was mache ich denn, wenn das Ganze zu lose sitzt? Dann könnt ihr einfach in einem Sportladen euch ein bisschen Tape holen. Macht einmal euren Stamp von der Bowl ab. Dann macht ihr eure Dichtung ab. Und setzt einfach hier um diese Stelle von der Base ein klein bisschen Tape. Macht dann wieder die Dichtung drüber. Also einfach so ein, zwei Runden Tape da drum. So ein kleines bisschen. Dann wieder die Dichtung drum. Und dann wieder auf die Bowl. Und dann sollte das deutlich besser halten. Das Problem ist halt, die Bowls sind alle handgemacht. Es kann da leider immer zu kleinen Unterschieden kommen. Mal ist das Ding hier 44,2 Millimeter. Mal ist das Ding hier 44,9 Zentimeter. Es war aber alles so zwischen 44 und 45 Millimeter. Das heißt, man kriegt das schon immer irgendwie hin. Mal sitzt ein kleines bisschen lose, mal sitzt ein kleines bisschen fester. Übrigens, alle Bowls haben 44 Millimeter. Also sowohl die kleinen als auch die großen. Das heißt, von der Base her passt jede Pfeife auf jede Steckball. So, jetzt sollten wir das Thema mit der Passform eigentlich erst mal beseitigt haben. Soweit. Ihr solltet ja wissen, wie groß eure Pfeife ungefähr ist. Und dann könnt ihr euch jetzt überlegen, braucht ihr da eine kleine Steckball oder braucht ihr eine große Steckball. So, dann haben wir noch einen kleinen Sonderfall. Und zwar habe ich hier noch zwei Teile. Wir haben hier einmal den Aeon Steckadapter und einmal den Stimulation Steckadapter. Weil es gibt mittlerweile einige Pfeifen, zu denen man sich solche Steckadapter holen kann. Es werden bestimmt auch noch mehr kommen. Kann ich mir gut vorstellen. Und dann könnt ihr euch, wenn ihr eine Aeon habt oder eine Aeon Bowl, dann könnt ihr diese Steckbowl einfach mit dem Steckadapter versehen. Und habt dann hier ein ganz normales Aeon Gewinde drauf. Genau dasselbe geht eben auch mit Stimulation. Da habt ihr dann einen Stimulation Verschluss und könntet das auf irgendwelche Balls setzen. Der geht allerdings sehr schwer rein. Deswegen versuche ich das trocken jetzt erst gar nicht. Aber sowas gibt es eben auch noch. Bei Aeon und bei Stimulation würde ich sagen, das sind beides große Pfeifen. Auf jeden Fall die Edition 4 und auch die Pro X oder die Pro X2. Beides große Pfeifen würde ich auch nur auf große Steckballs setzen. Man könnte die Aeon zum Beispiel mit ihrem kurzen Tauchrohr auch noch auf kleine Balls passen. Ich persönlich finde, das sieht absolut schrecklich aus. Ist aber auch einfach Geschmackssache. Das heißt, wenn das jemandem von euch gefällt, könnte man eine Aeon Edition 4 Lounge mit einem kurzen Tauchrohr auch auf eine kleine Ball setzen. Für mich ist es nichts, aber jeder wie er will. Was man auf jeden Fall noch sagen kann, die Bowlform kann euer Rauchverhalten ein wenig beeinflussen. In zum Beispiel der Drop Bowl schwappt das Wasser ohne Diffusor deutlich mehr hin und her. Was für einen lauteren Klang und auch für ein bisschen rauheres Rauchverhalten sorgt. Also ihr habt dann so mehr Vibrationen. Man spürt ja so ein bisschen die Vibrationen in der Lunge. Das habt ihr bei einer Drop Bowl meines Erachtens nach meistens mehr als zum Beispiel bei einer PK 500. Das kommt natürlich auch immer wieder auf die Pfeife an. Aber so roundabout kann man sagen, ein wenig beeinflusst die Bowlform auch das Rauchverhalten. Abschließend noch kurz die Debatte. Was ist besser? Steckbowl oder geschraubt? Leute, das müsst ihr selber wissen. Wenn mir jemand sagt, ich mag die Sicherheit und die Festigkeit von einem normalen Gewinde, dann kann ich das verstehen. Ich persönlich finde es geil, dass ich die Fibonacci jetzt genauso noch auf der Drop Spikes rauchen kann, wie auf der Prestige. Oder wenn ich mal will, auch auf den schwarzen Bowls, wie zum Beispiel die PK 500 oder die Drop Spikes Black hier. Oder eben auf meiner Tradi Bowl, wie ich das eben möchte. Da habe ich dann einfach die Qual, der Wahl, aber die Auswahlmöglichkeiten und die Abwechslung. Und das finde ich persönlich super, super wichtig. Mir persönlich ist es also lieber, wenn ich mehr Steckbowls da habe und auch mehr Steckpfeifen. Da kann ich das komplett umeinander mischen. Auch ein wichtiger Punkt, wenn euch eine Schraubpfeife kaputt geht, dann müsst ihr entweder das Gewinde da abtrennen, dann eine Bowl finden, die genau dieselbe Öffnung oben hat, dann das Gewinde verkleben. Wenn mir die Bowl jetzt kaputt gehen würde und ich will unbedingt die Fibonacci rauchen, dann setze ich sie auf die nächste Steckbowl und das Ding ist gegessen und es kann direkt weitergehen. Also das ist für mich angenehmer. Plus, man muss auch nicht jedes Mal eine Pfeife mit einer Bowl kaufen. Das heißt, du kaufst dir einmal irgendwie deine Lieblings Cesar Bowl, kaufst dir dann eine Fibonacci und eine Dash und eine Dragon und eine, hast du nicht gesehen, und kannst sie alle mit der einen Bowl rauchen. Das heißt, für mich ist es auch deutlich praktischer. Theoretisch ist es sogar ein kleines bisschen umweltschonender, weil man weniger produzieren muss. Die Kartons sind deutlich kleiner, die Kartons sind deutlich leichter und für uns könnte es auch deutlich günstiger werden. Von daher bin ich auf jeden Fall großer Steckbowl-Freund. Ich hoffe, ich konnte euch ein kleines bisschen erklären, wie das jetzt ist mit wann brauche ich eine große, wann brauche ich eine kleine, wie groß sind die hier oben alle und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Antworten im Steckbowl-Dschungel geben. Wenn dem so ist, lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. kam